Könnte das da hinten eine Schelf-Cloud sein? Nein! Lass mich in Ruhe! Ich hab mich erschrocken vor der Krähe. Das meinte ich gar nicht. Ich hab die Krähe gemeint. Nein, ich hab mich auch erschrocken. Wieso sagst du gerade A? Wegen der Krähe. Ach, die Krähe ist gemeint. Ja. Ist das da hinten Schelf-Cloud? Ist das das Schelf-Cloud da hinten? Nein! Ja! Vielen Dank.